Herzlich Willkommen zum ersten Rennen von Formel 1 2016 in Melbourne, 20 Grad bedeckt, so gefällt mir das. Gestern war ja ein bisschen Regen. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben zum ersten Mal Gas. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zuallererst Heiko und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich voll nur sagen. Es ist wirklich ein Privileg hier zu sein und ich kann es kaum erwarten herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Um deine Frage zu beantworten. Natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben werden, aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison und da willst du deinen neuen großen Teil natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren, aber sollten nicht selbst welche schaffen. Danke, Chef! Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und daneben steht Nico Osberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Hamilton, Max Verstappen und Bottas. Riccardo, Massa, Button und Nico Hülkenberg. Quert, Sainz Junior, Kevin Magnussen und Gutierrez. Grosjean, Nasser, Markus Eriksson und Jolion Palmer. Hayanto und Einforz India, Pascal Wehrlein und Fernando Alonso startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ich bin Abkürzen. Die Stadt braucht deshalb so witnessed das materialisieren kann und legende Welt. Nein! Genau, ich sehe den 방яти Whipo. boy Austria Butter 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 Everything, eineructive verlä nouvelles ha snake west thwartet которое ist immer sehr wichtig. Qu aqu aqu carrying meinerούeshne Hmm. Dann starten. So wie ich das gesehen habe, geht es 58 Runden. Gucklum F, drücken. Mit wem? 58 Runden! Der Armer. Nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken. Ich will doch hier schon keinen Fehler machen. Ach, Maul halten. So mal, im Testrennen, wo ich nicht aufgenommen habe, war ich natürlich Dritter. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? 7 Wir dürfen jetzt nicht abkommen von der Masse. Müssen wir uns wieder rankämpfen. Auch wenn das ein bisschen schwierig ist. Aber das schafft man schon. Eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen Versuch? Neu. Strategie ändern. Ich weiß nicht, wie man das gerade hochzieht. Ich muss mich gerade auf die Strecke konzentrieren. Ich weiß nicht, wie man das gerade hochzieht. Escape Ach, es war zu spät Die Entfernung zur Linie Wenn du diese Grenze zu schnell überfährst Erhältst du eine Strafe für Geschwindigkeitsübertretung Sei also vorsichtig Okay Los, komm hier, komm hier, komm hier Auch gut Hab ich wahrscheinlich einen Abstand von 40 Sekunden Wo ich jetzt erstmal 20 Runden dran knabber Und Lex Die helfen Ungemein 43 Bremsen Wee Ja, es ist glaube ich Ein erster dritten Runde aktiviert Das DRS wird in dieser Runde aktiviert Du kannst es nutzen Man, das hat mich jetzt voll rausgebracht Bin ich denn jetzt draufgekommen Nein Scheiße Ach, verdammt Du musst vor den Kurven bremsen Wir wollen keine Strafe aufgebrannt bekommen Alles klar, Chef Du musst vor den Kurven bremsen So Die haben wir jetzt da gut genommen Die Runde Einigermaßen Und ich nehm das immer so scheiße Die Kurve hier Ah, die Kurve, die kann ich jetzt schon gut Die hab ich jetzt auch gut genommen Und die hab ich jetzt auch gut genommen Das ist schon mal 4 Sekunden Klappt doch ganz super Dann gibt's doch schon wieder Runden Wo das wieder richtig scheiße läuft Oder ich muss jetzt wieder in die Box Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben Wenn sich die Vorhersage ändert Sagen wir dir Bescheid Dankeschön Okay, ich bin jetzt jetzt rausgefr apprentig Dann bleib dich Inifeliget So Ich bin jetzt Wenn das rot wird, sollte man schon bremsen. Scheiße. Aber ich steigere mich immer weiter. Ich steigere mich immer weiter. So. Uiuiuiuiui. Ah, wir werden immer besser. 1,37. Ja, wir tasten uns da auch langsam ran. Guck, ersten Split haben wir schon lila eine Zeit gefahren. Super. Nein. Das war sehr knapp. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar die schnellste Runde. Ich habe wieder lila eine Splat. Das dürfen wir nur nicht machen, dass die Rundenzeit ungültig ist. Und das wird eine kleine Zeit, meine lieben Freunde. Und 3,2,1. Ja. Es wird knapp. Aber wir haben eine Sekunde Abstand genommen. Oh, jetzt haben wir wieder versaut. Aber wir müssen alle noch an die Box. Und dann nutze ich nämlich die Zeit dann, um wieder aufzuholen. Da passiert noch sowas. Ich möchte nämlich die ersten Runde überholen. Da ist nämlich schon einer. Sieben Sekunden. Das war knapp. Komm schon, Mann. Du schaffst das. Es war ein hartes Rennen. Aber ich weiß, dass du heute noch mehr aus diesem Auto herausbekommst. Gib alles und zeig uns, wie viel Talent in dir steckt. Natürlich. 47 Sekunden. Wie schnell ist der denn bitte? Nie lange Zeit. So, jetzt halten wir mal die Linie her. Jetzt sind wir rausgekommen. Nein. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Jetzt habe ich mich verbremst. Ah, bloß eine Sekunde. Nein, wir sind rangekommen. Wir sind rangekommen. Wir dürfen bloß keinen Fehler machen. Wenn wir so weiterfahren, da sind wir ruckzuck an ihm. In so gut wie 14 Runden. Guck mal, das sind schon 40 Sekunden. Ah, ich glaube, so viele Runden brauchen wir gar nicht mehr. Oder ist er jetzt gerade in der Box? Spätestens im nächsten Abschnitt, wer muss er fahren? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 30,30 Sekunden. Finde ich gut. Da weiß ich schon mal, dass ich schneller bin, als mein Vormammar. Das wäre allein. Der Abstand zum Auto vor. Meine Hand verkrampft. Meine Hand verkrampft. Ich muss mal ganz kurz Hand wechseln. So, alter Verweiler, da trinke ich gleich mal was. Die ist voll verkrampft. Hammer. Ich kann die Hand nicht wechseln. Scheiße. Ich kann mit rechts nicht fahren. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weiter machen? Die Strategie ändern. Möchtest du die Strategie ändern? Alter, war da. Alter, war da. Ich bin doch schon dabei. Was ist denn jetzt los? Könnt ihr nicht rüber fahren? Ich kann hier überhaupt nicht rum. Mal. 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 Mal mußter Verwalter. Mal. 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 noch gar nicht mal einen. Wenig nicht so langweilig, wenn ihr ein bisschen was rumfährt damit, ne? Na klasse! Oh, nein! Ach, ist doch scheiße! Mann! Jetzt sicher! Fahrt alle noch in mich? Oh! Alter, Alter! Damit ist für mich die Session... Nein, das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht. Eieieiei! Ich bin, äh, hab'n total schaden. Das heißt, die Session ist vorbei. Schade! Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeife. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die reichen die richtige Temperatur. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es genau. Sein Auto hat sich da draußen einfach rumgeführt. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der... Eieieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Der war dein Fahrer des Tages, Fernando Alonso. Egal wo oder für welches Team... Gucken wir doch mal, was sind wir vor Zeiten. Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen. Ich habe eine 1,38,0. Wer Zeves hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ich wäre... 16. 16. Plus 3 Sekunden sind ja... 1 Minute und 2... Ne... 41. Mit der 41. Eieieiei. Eieieiei. Und der erste und der zweite sind ja ganz schön viel. Also... fehlt nicht viel. Auf jeden Fall. Am Anfang ist es jetzt nicht so häufig, dass man da halt so die Punkte noch nachzählt, aber... Ich werde wahrscheinlich doch eine Tabelle anlegen. Ja, was kann ich denn dafür? Also, jetzt werde ich meine drei Punkte verlieren. Ja. Super. Wow. Einer zum Laptop. Jetzt sieht man jetzt noch mal alles, Forschung und Entwicklung. Das interessiert mich jetzt mal noch die Folge ja noch ein bisschen... Prozent und hat sagen so das war schon gemacht drei Menschen aber auch nicht gemacht wahrscheinlich hier besten bereich und die Lande der ist aber das heißt es ausgesprochen trägt wie schienen track reduction system track reduction system wo die Funktionsanzeige safety car und virtuelle safety car ja das habe ich schon mal gesehen virtuelle safety car in einem let's play das habe ich mir angeschaut ach so ja das stimmt Reifenwahlregeln Einführungsrunde Erklärung des manuellen Rennstarts Trainingssession das Trainingssession Format und seine Regeln Ja meine lieben Freunde das waren jetzt auch noch 30 Minuten und das war es von mir von Melbourne nächstes Mal geht es wahrscheinlich weiter beim nächsten Grand Prix ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Ciao Ciao Euer Cedric Ich wünsche euch noch einen Rennstarts-Brands-Tite.com live im